Andrea Berg ist seit fast 30 Jahren eine der Top-Künstlerinnen der Schlagerbranche. Und wenn sie nicht gerade auf der Bühne steht, findet man sie im Asbacher Hotel Sonnenhof mit ihrer Familie und vielen Tieren. Und für die wird sie bald viel mehr Zeit haben, denn Andrea hat verraten, ich ziehe mich zurück. Ihr letzter großer TV-Auftritt ist bereits über drei Wochen her. Andrea Berg war zu Gast bei Florian Silbereisens Schlager-Champions und genau dort verriet sie ganz beiläufig. Wenn ich gleich von der Bühne gehe, ist erstmal Schluss. Dann ziehe ich mich zurück. Wie bitte? Andrea Berg macht eine Auszeit? Doch Beine hochlegen war noch nie ihr Ding. Wir wollen neue Songs schreiben, wir wollen ein neues Album schreiben. Und dann ziehen wir wieder los, machen Musik für die Menschen, mit dem Herzen, gehen auf große Tour, 21 Städte, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Einfach das Leben lieben, jeden Augenblick. In diesem Jahr wird Andrea für drei Sommer-Open-Airs und drei Heimspielkonzerte auf der Bühne stehen. Die Tour beginnt im Februar 2025. Bis dahin will sie offenbar am neuen Album arbeiten und vielleicht die eine oder andere freie Minute genießen.